Das ist der Beta95X V2 CineWoop, geflogen mit Radiomaster TX16 und DJI FPV Brille. Unten ist die digitale Nebula Kamera und oben sitzt die Insta360 GO. Geflogen wird Deckfahrt mit 4S 450mAh Akku, 1106 4500KV Motoren mit 16A 32Bit ESC sind eingebaut. Beta95X wiegt 115,30 Gramm und mit dem 4S Akku sind es 171,35 Gramm. Mit der Insta360 GO Kamera sind es 189,63 Gramm. Insta360 GO Halterung sitzt auf 3 Vibrationsdämpfe und ist um 16 Grad geneigt. Die Kamera kann man leicht rein und raus nehmen. Übrigens ist die Insta360 GO nur 18 Gramm leicht und kann bis 5 Minuten ein FPV Video aufnehmen. Und das mit sehr guter Bildstabilisierung. Die KDX Nebula Kamera wird vorne von einer DPU Halterung gehalten. Hinten sitzt das KDX Vista Modul. Statt der original Rohrstand Antenne wird eine BetaFPV linksdrehende Antenne verwendet. Links und rechts an dem Propellerschutz ist die Crossfire Antenne angeklebt. Unten ist der F4FC geschützt mit einer Abdeckung. Die 3 Blatt Propeller sind Gemfern D63. Das Kabel oben ist für die Stromversorgung eine GoPro Kamera. Im Lieferumfang findet man dazu ein Back und ein Gehäuse für die GoPro 6 oder 7. So kann man sich eine GoPro als super leichte Kamera mit unter 30 Gramm bauen. Diese GoPro Lite Kamera kann dann mit einem Adapter auf den Beta95X CineWoop gesteckt werden. Hm ich brauche unbedingt eine GoPro Hero 6. Der Beta95X Whoop mit der GoPro Lite wiegt dann mit einem 4S Akku flugfertig knapp über 200 Gramm. Auf dem Whoop ist jetzt die Insta360 GO Kamera montiert. Und trotz dem Gewicht fliegt der Beta95X sehr gut und immer noch schnell. Also kann man den Whoop nicht nur als Video CineWhoop einsetzen, sondern auch etwas Freestyle fliegen üben. Also ist das ein guter Einsteiger Whoop für die DJI Briller. Mir gefällt dass der Akku oben drauf sitzt und ich so sehr niedrig fliegen kann. Der Beta95X ist ab Werk gut eingestellt, hier mit Betaflight 3.5.7 und man fliegt sehr präzise. Trotzdem hätte ich gerne Beta 4.2 mit bidirektionalen D-Shot. Schliesslich sind hier die 32 Bit ESCs eingebaut, die das bidirektional Protokoll unterstützen. Die Nebula Kamera liefert ein gestochen scharfes 16 zu 9 Bild. Obwohl ich hier bei Sonnenuntergang auf der schattigen Wiese fliege, ist das Bild schön hell, so dass ich alle Details erkennen kann. Bei so wenig Licht werden aber die Farben von der Nebula Kamera verfälscht. So finde ich es aber besser, dass ich alle Details sehe und so besser FPV fliegen kann. Mit einer analogen Runcam Nano Kamera würde ich hier ein viel zu dunkles Bild bekommen. Ausserdem sieht man links und rechts den Propellerschutz im Bild. Das finde ich aber nicht schlimm, weil die schöne Aufnahme wird hier mit der Insta360 Go oder noch besser mit der GoPro Light Kamera gemacht. Auf jeden Fall ist der Beta 95X V2 ein perfekter kompakter CineWoop mit der DJI digitalen Übertragung. Das ist hier das Bild der Insta360 Go Kamera. Leider habe ich das Video etwas zu spät am Abend gedreht. So ist das Bild zu dunkel. Mit der Insta360 Go sollte man nach Möglichkeit immer tagsüber bei viel Licht filmen. Dann bekommt man bessere Aufnahmen als ich hier auf der schattigen Wiese. Man sieht aber trotzdem hier die weiche Bewegung der Kamera dank der Flow Stage Stabilisierung. Wer gerne Video macht und eine DJI Brille besitzt, der sollte sich so ein Beta 95X V2 CineWoop anschaffen. Von der Beta 95X gibt es auch noch die analoge Version die mit einer Ranken Nano 2 Kamera ist. Bei der analogen Version würde ich aber sogar auf Beta 85X V2 zugreifen. Weil der CineWoop dann noch etwas kleiner ist und durch jede kleine Lücke fliegen kann. Das ist hier das Bild der CineWoop mit einer Rössigung aus. Die Lücke wird es einfach auf der Tode nicht verliere. Das ist hier das Bild der CineWoop. Das ist hier das Bild der CineWoop. Die Lücke wird es einfach auf der Tode nicht verliere.